Es wird sogar ganz gerne reden. Es wird aufgenommen. Im Hintergrund sieht man die Christuskirche. Die Gemeinde hat entschieden, den hinteren Bau abzureißen. Der ist baufällig. An der Stelle sollen in den nächsten ein, zwei Jahren äußerst maximale Wohnungen entstehen. Dagegen hat sich in der Gemeinde Widerstand bewegt, der aber überstehend wurde. In der senkmalgeschützte Teil, der Turm wird also stehen bleiben, wird dort eine Andachtskapelle entstehen. Das Kirchenschiff dahinter wird abgerissen. Und es werden wahrscheinlich Wohngebäude und dergleichen gebaut werden. Und so wird also quasi das ganze Areal weiterentwickelt. Und finden Sie die Entwicklung, die jetzt hier stattfindet, finden Sie die gut? Ich halte die für sinnvoll. Persönlich finde ich diesen etwas verwachsenen, verwunschenden Kirchgarten sehr schön. Obgleich hier in einer der ersten Wohnlagen Kölns, in einer innenstädtischen Wohnlagen, es im Grunde richtig ist, die in richtig zu tun. Musik 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 Musik